Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Sportplatz statt Zeitligastadion hieß es für die Fans von Dynamo Dresden, die für ordentlich Stimmung bei einem Amateurverein in Fürth sorgten Urheberrecht. Getty Images 11. März 2019, 14.25 Uhr Die nach der Spielabsage am Sonntag in Mittelfranken gestrandeten Fans von Dynamo Dresden hatten schnell ein adäquates Alternativprogramm parat. Die Spielabsage etwa zwei Stunden vor Ampfiff in Fürth hat die Fans von Dynamo Dresden nicht davon abgehalten, sich einen launigen Fußballnachmittag zu machen. Einige der schon angeisten Dresdner haben sich auf die Fußballplätze der Region verteilt und für ordentlich Stimmung gesorgt. Unter anderem beim in der Bayern Liga beheimateten ASV Wacht durfte man sich über unerwarteten Zuschauer zu Spruch freuen, wie lokale Medien berichteten. Bayern Liga statt 2 Liga anstatt unverrichteter Dinge direkt wieder den Zug nach Hause zu nehmen, entschieden sich einige Dresdner Anhänger, den etwa 5 Kilometer langen Weg vom Fürther Rundhof zum Sportplatz des ASV Wach auf sich zu nehmen. Dort unterstützten sie den Fürther Aufsteiger im hart umkämpften Abstiegskampf der Bayern Liga Nord gegen den Tabellennachbarn aus Feuchheim. Dresdner Singenwach zum Sieg prompt konnten die Hausherren beflügelt von den lautstarken Dresdner nach einem Blitzstart drei wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren und die rote Laterne abgeben. Die überraschenden Besucher aus Sachsen ließen es sich nach dem Spiel natürlich nicht nehmen, den Sieg auch angemessen mit der Mannschaft auf dem Platz und in der Kabine zu feiern. Sicherlich für Fans und Spieler ein unvergesslicher, wenn auch stürmischer Bayern Liga-Nachmittag. Schwarzgelb gegen Rot-Weiß farblich nicht umstellen mussten sich rund 200 andere schwarzgelbe Fans. Passenderweise auf dem Weg zurück nach Dresden gelegen war deren Station bei der Spielvereinigung in Bayreuth. Dort konnte man neben der Einweihung der neuen Gegengerade auch einen Sieg über die Amateure des FC Bayern feiern, die aktuell souveräner Tabellenführer der Regionalliga Bayern sind. Punkt. Service-Tabelle der Regionalliga. Untertitelung des ZDF für funk, 2017